Heute zeige ich mal, wie man in After Effects eine Vignette erstellt. Ich habe hier einen Hintergrund und wenn ich jetzt eine Vignette hinzufügen will, dann erstelle ich mir hier links unten mit der rechten Maustaste Neu, Einstellungsebene und dann gehe ich hier rechts auf Effekte und gebe ein Lume Trifarbe und diesen Effekt ziehe ich dann auf meine Einstellungsebene und jetzt erscheint hier links der Effekt und jetzt kann ich hier bei Vignette unsere Vignette aktivieren und ich gehe jetzt nicht in die positive Richtung, ansonsten würde die Vignette jetzt weiß sein, sondern ich gehe ins negative und dann sehen wir auch schon, wird eine Vignette erstellt. Bei Mittelpunkt könnt ihr auch noch den Mittelpunkt der Vignette verstellen. Bei Rundheit könnt ihr die Rundheit der Vignette einstellen und bei weichen Kanten könnt ihr noch die weichen Kanten der Vignette einstellen. So, das war's. Danke fürs Zusehen und Tschüss.